Dort ist sie schon, dort ist die Bachstelze. Sie sind gerade hergeflogen. Also unten rechts im Bild. Im Hintergrund sind zwei, drei Karmoranen. Und die Bachstelze ist jetzt wieder weiter. Jetzt sehe ich sie gerade nicht mehr. Der Karmoran hat seine Flügel ausgestreckt. Und dann sehen wir das hier. Ja, das sieht man. Die Flügel ausgestreckt. Die Flügel ausgestreckt. Die Flügel ausgestreckt. Und so in dieser Position bin. Ah, da ist gerade noch die Bachstelze. Aber jetzt schauen, ob ich sie zeigen kann. Ich fühle mich da nicht. Also hier unten ist sie. Ober rechts im Bild sehen wir sie jetzt. Jetzt fühlen wir sie. Ja, jetzt sehen wir sie. Und die Flügel ausgestreckt. Und die Flügel ausgestreckt. Und die Flügel ausgestreckt. Soll ich die Flügel ausgestreckt? Ja, cool. Ich hatte das Gefühl, dass ich das Orchester an die Fachstätten so kurz im Brunnen gesehen habe. Aber weil ich das nicht aufnehmen konnte, habe ich das gar nicht erwähnt. Jetzt kommt noch ein Schwan. Mal sehen, ob er in die Nähe kommt. Ich habe den Backstät zerrückt, sie kommt noch etwas näher. Mal schauen, ob es das Gemüse gibt. Das ist die Fachstätten. Jetzt sehen wir uns die Daumen. Dort ist es die Fachstätten. In der Altstadt habe ich sie schon länger nicht mehr gesehen. Ich habe sie kurz gehört. Ich habe da eine Schalte gesehen. Das ist die Brünn. Ja, nehmt, nehmt. Jetzt kommen die Fachstädte zu kriegen. Ah, sie ist los. Die Fachstädte zu geben. Die Fachstädte zu geben. Die Fachstädte zu geben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020